Tage der Schuld von Arnald Dürr in Driderson. Es liest Walter Kreie. Ein scharfer Wind blies über Reykjanes. Er strich von Norden her über das Hochland und wühlte das Meer in der Faxa-Floey-Bucht auf. Die ganze Landschaft war dem offenen Meer und dem Nordwind schutzlos ausgesetzt. Der hohe Zaun auf dem höchsten Punkt der Halbinsel, der das Gelände des amerikanischen Stützpunkts von der Umwelt abriegelte, gab seltsam quietschende Geräusche von sich, wenn der Wind sich hindurch zwängte, um anschließend gegen die riesigen Wände eines Hangars zu prallen. Die Geräusche des Sturms drangen auch in die riesige Halle hinein. Der Hangar war eines der größten Gebäude auf Island. Dort waren die Aufklärungsflugzeuge der Iceland Defense Force untergebracht, ebenso wie die großen Radarkontrollanlagen, F-16 Fighter und riesige Herkules-Transportmaschinen. In diesem Hangar wurden sämtliche Militärflugzeuge gewartet, die auf der Basis in Keplavik stationiert waren. Zurzeit konnte der Hangar kaum genutzt werden, weil ein neues Brandschutzsystem installiert wurde. Am Nordende des Gebäudes stand eine Hebebühne, deren Arbeitsplattform sich direkt unter der Decke des Gebäudes befand und wo nun das Sprinklersystem eingebaut wurde. Abgesehen vom Wind war es still in dem Hangar. Doch plötzlich hörte man ein leises Geräusch von der Arbeitsplattform und kurz darauf landete ein Rohrstück auf dem Boden, wo es eine Zeit lang scheppernd hin- und hersprang. Kurze Zeit später gab es einen wesentlich dumpferen Aufprall, so als wäre ein schwerer Sack auf dem Boden gelandet. Dann wurde es wieder still, bis auf das Heulen des Windes draußen. Manchmal juckten die schorfigen Stellen so heftig, dass sie die Haut am liebsten aufgerissen und sich blutig gekratzt hätte. Die Schuppenflechte war bei ihr schon aufgetreten, als sie noch ein Teenager war. Vor kurzem erst hatte sie von ihrem Arzt von diesem Ort auf Reykjanes erfahren. Menschen mit Hautproblemen badeten in dem Wasser, das sich herumgesprochen hatte, dass es den Juckreiz minderte und allgemein Linderung verschaffte. Dank der Beschreibung des Arztes hatte sie den Ort schnell gefunden. Man konnte schon von der Straße aus sehen, wo sich das türkis-weißliche Wasser in der dickbemosten Lava ausbreitete. Der Weg dorthin führte über ein unwegsames Lavafeld und es kostete sie einige Mühe, zu dem See zu gelangen. Aber sobald sie in dem weichen Wasser lag und die befallenen Stellen an Armen und Beinen, im Gesicht und an der Kopfhaut mit dem Schlamm einrieb, ließ der Juckreiz spürbar nach. An dem Tag, als sie die Leiche fand, hatte sie sich, eingelullt von Wärme und Wohlbefinden, erst in dem seidenweichen Wasser treiben lassen und danach begonnen, die kranken Hautstellen mit dem weißen Schlick zu massieren. Auf dem Weg zurück zum Ufer sah sie etwas, das einem Schuh ähnelte. Er ragte halb aus dem Wasser. Als sie nach dem Schuh griff, um ihn zu entfernen, sah sie mit Entsetzen, dass sie an etwas anderem und sehr viel Größerem zog. Der Verhörraum im Untersuchungsgefängnis See the Muli war ebenso klein wie hässlich und die Stühle waren unbequem. Die Brüder verweigerten immer noch jegliche Kooperation und die Vernehmungen zogen sich wieder einmal in die Länge. Erlendür hatte nichts anderes erwartet. Ellert und Wignier waren bereits seit einigen Tagen in U-Haft. Schon früher waren sie wegen Alkohol und Drogenschmuggels mit der Polizei in Berührung gekommen. Ein anonymer Hinweis hatte dazu geführt, dass die Polizei die beiden wieder ins Visier genommen hatte. Und diesmal war einer der Brüder mit 24 Kilo Hasch in einem Schuppen in den Schrebergärten bei Corpul Stavir erwischt worden. Marianne Briem gingen diese Vernehmungen auf den Nerv. Denn die Brüder waren trotz allem letzten Endes nur erbärmliche kleine Ganoven. »Mit welchem Schiff ist die Ware gekommen?« fragte Marianne. »Was für ein Schiff?« »Es gibt kein Schiff.« »Wer hat euch so einen Scheiß erzählt?« ereiferte sich Wignier. »Was ist mit dem Hasch? Ist es auch per Schiff gekommen oder per Luftpost?« fragte Erlendür. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe nichts mit diesem Schuppen zu tun. Ich wollte bloß ein paar Kartoffeln klauen. Wieso macht ihr deswegen so ein Tam-Tam?« »Wir haben dich auf frischer Tat ertappt,« sagte Marianne. »Wahrscheinlich ist das bitter für dich, aber damit musst du dich abfinden. Also, hör auf mit diesem idiotischen Kartoffelklaugeschwätz, damit wir Feierabend machen können.« »Ich bin der Letzte, der euch hier festhalten will,« entgegnete Wignier. »Meinetwegen könnt ihr euch verpissen.« »Da hast du recht,« sagte Marianne und sah Erlendür an. »Am besten machen wir jetzt Schluss.« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und ein Kriminalbeamter steckte seinen Kopf herein. Da er anscheinend etwas Wichtiges zu melden hatte, ging Marianne hinaus auf den Flur. »Ein Leichenfund,« sagte der Beamte, »auf Reykjanes, in der Nähe vom Energiewerk in Zwarzenki.« Die Frau, die die Leiche entdeckt hatte, war um die dreißig. Sie erklärte Marianne und Erlendür gleich zu Anfang, dass sie nur wegen ihrer Hautkrankheit die Leiche an diesem bizarren und abgelegenen Ort gefunden hatte. »Meist bin ich dort ganz allein,« sagte sie und blickte Marianne an. »Aber ich habe gehört, dass inzwischen auch andere hierher kommen, obwohl ich noch nie jemandem begegnet bin.« Marianne und Erlendür hatten die Frau zu ihrem Dienstwagen mitgenommen, der an der Straße nach Grinderweg stand. Zwei Streifenwagen und ein Rettungswagen parkt vor und hinter ihnen an der Straße. Die Mitarbeiter der Spurensicherung waren bereits unterwegs. Außerdem hatten sich auch schon zwei Fotoreporter der Tageszeitungen eingefunden, denn die Nachricht vom Leichenfund hatte sich in Windeseile herumgesprochen. »Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie fürchterlich erschrocken ich war, als ich...« Die Frau verstummte. Der Leichenfund hatte sie augenscheinlich sehr verstört. Eine halbe Stunde zuvor war Erlendür in eine Anglerhose gestiegen, um in Begleitung von zwei Mitarbeitern der Spurensicherung zu der Leiche zu warten. Die Blitze der Kameras beleuchteten die beklemmende Szenerie. Erlendür beugte sich über die Leiche. Die Extremitäten wiesen an vielen Stellen Frakturen auf. Der Brustkasten war eingedrückt und anscheinend war auch das Rückgrat gebrochen. Man hatte Scheinwerfer aufgestellt, in deren grellem Licht noch besser zu erkennen war, in welch fürchterlichem Zustand sich der Körper des Toten befand. Das Gesicht war eingedrückt, die Schädeldecke war aufgebrochen. Nach der Kleidung zu urteilen, handelte es sich um einen Mann. Er hatte keine Papiere bei sich, anhand derer er identifiziert werden konnte. Wie lange der Mann im Wasser gelegen hatte, ließ sich noch nicht sagen. »Und danach hast du dich sofort an die Polizei gewendet?«, fragte Marianne die Zeugin jetzt. Erlendür hatte sich aus der Warthose geschält, bevor er sich ins Auto setzte. »Ich bin so schnell es ging zurück zu meinem Auto, und dann bin ich zur Polizeistation in Grinderweg gefahren,« antwortete die Frau. »Dann sind zwei Polizisten mit mir zurückgefahren. Ich musste ihnen den Weg zeigen. »Hast du in der Nähe jemanden bemerkt, als du heute Abend hierher gekommen bist?«, fragte Erlendür. »Nein, bestimmt nicht. Ich habe doch schon gesagt, dass ich hier noch nie andere Leute getroffen habe.« Marianne stellte der Frau noch ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Leichenfund. Danach konnte sie gehen. Sie stiegen aus, und die Frau beeilte sich, zu ihrem Auto zu kommen. Erlendür stand mit dem Rücken gegen den Nordwind und drehte sich zu Marianne um. »Ist es nicht ziemlich offensichtlich, weshalb der Mann so übel zugerichtet ist?«, fragte er Marianne. »Du glaubst, dass ihn jemand zu Tode geprügelt hat?« »Was denn sonst?« »Ich habe mir die Leiche angesehen, bevor sie abtransportiert wurde. Die Verletzungen rühren nie im Leben von einer normalen Schlägerei her. Was meinst du damit?« »Ich habe deformierte Körper gesehen, die aus großer Höhe auf dem Boden aufgeschlagen sind, und genau danach sieht es mir aus. Oder auch nach einem besonders schweren Verkehrsunfall könnte ein Körper so aussehen. Wenn es ein Sturz war, dann muss er tatsächlich aus sehr großer Höhe erfolgt sein,« sagte Erlendür. Er blickte sich um und sah zum schwarzen Himmel hinauf. »Es sei denn, er ist von da oben gekommen. Vielleicht ist er vom Himmel gefallen. Um genau hier im See zu landen? Jemand hat die Leiche nur aus dem Grund hierher befördert, damit sie nicht so schnell gefunden wird. Das Opfer war bereits tot, als es in diesem seltsamen See landete. »Kein schlechteres Versteck als viele andere auch,« erklärte Marianne. In der Tat. Am nächsten Tag bestätigte der Pathologe den Verdacht, dass keine Schlägerei, sondern nur ein Sturz aus großer Höhe als Todesursache infrage kam. Der Arzt sagte, es sei nicht möglich gewesen, die genaue Zahl der Knochenbrüche festzustellen. Er ging davon aus, dass der Mann aus etlichen Metern Höhe gestürzt sein musste, und der Aufschlag sei frontal erfolgt. Allen Anzeichen nach war er der Länge nach auf einen extrem harten Untergrund geprallt. Nach den vorläufigen Untersuchungsergebnissen war es so gut wie ausgeschlossen, dass der Tote von einem Felsen oder einer Klippe auf Räkjernis abgestürzt war. Der Untergrund, auf dem er landete, war ganz flach gewesen. Außerdem gab es keine Anzeichen dafür, dass der Mann sich irgendwo oben in den Bergen oder an den Meeresklippen aufgehalten hatte. Seine Kleidung ließ zumindest nicht darauf schließen. »Aus welchem Gewässer habt ihr den armen Teufel eigentlich rausgefischt?«, fragte der Pathologe. »Sowas ist mir noch nie untergekommen.« »Er wurde in Zwartsenki gefunden. Dort wird Abwasser aus dem Heißwasserkraftwerk in die Lava geleitet,« sagte Marian. »Kannst du uns sagen, wie lange er in der Lagune gelegen hat?« »Vermutlich zwei oder drei Tage. Ich gehe davon aus, dass der Sturz aus großer Höhe den sofortigen Tod des Mannes zur Folge gehabt hat, und wenn ihr mich fragt, wann er gestorben ist, würde ich sagen, ebenfalls vor zwei oder drei Tagen.« Wie alt war er, ungefähr? »So um die dreißig. Hatte noch niemand nach dem Mann gefragt?« »Nein«, sagte Erlendür. »Bislang ist noch keine Anfrage bei der Polizei eingegangen.« »Und es gibt keine Zeugen für einen Fall aus einer solchen Höhe?« »Nein. Bis jetzt gibt es nichts, worauf wir uns stützen könnten.« »Käme möglicherweise auch ein schwerer Verkehrsunfall in Frage,« wollte Marian wissen. »Nein. Das kann ich ausschließen.« »Die Verletzungen dieses Mannes sind ganz anderer Art,« entgegnete der Arzt. »Wir müssen davon ausgehen, dass er aus sehr großer Höhe gestürzt ist. Möglicherweise hat er keine Zeit gehabt, sich mit seinen Händen vor dem Aufprall zu schützen. Oder er wollte es nicht. Ein Fall aus einer so großen Höhe verläuft unglaublich schnell. Der Mann ist mit enormer Geschwindigkeit unten aufgeprallt.« »Käme dann möglicherweise auch ein Selbstmord in Frage,« fragte Erlendür. »Denkbar ist das,« antwortete der Arzt. »Ist das denn nicht eher unwahrscheinlich?«, sagte Marian. »Wieso hätte dann jemand anderes die Leiche verstecken wollen?« »Ich versuche nur, die Fragen im Hinblick auf die Frakturen zu beantworten,« sagte der Pathologe. »Ich werde das alles noch genauer untersuchen.« Für die Kriminaltechniker von der Spurensicherung war es nicht leicht, in dem Lavafeld zwischen der Straße nach Grindelweg und der Lagune nach Spuren oder Indizien zu suchen. In der Nacht nach dem Fund der Leiche hatte es geschneit, und der Schnee verdeckte nun sämtliche Spuren, die sich dort hätten befinden können. Der Chef der Spurensicherung, ein Mann über sechzig, gab Erlendür die Hand. Er stand neben den Kleidungsstücken, die der Tote getragen hatte. Der weiße Schlick aus der Lagune war sorgfältig von der Kleidung des Toten entfernt worden. Alles, was dabei entdeckt worden war, wie Haare oder Flecken, hatte man genauestens untersucht. Spontan kommt es mir so vor, als hätte man ihn in dieser Brühe versenkt, um etwas anderes zu überdecken. Etwas an der Leiche? Ja, wir können aber kaum was Stichhaltiges finden. Die Kleidung stammt komplett aus den USA. Seine Jeans sind von einer sehr bekannten Firma, genau wie die Lederjacke. Das Hemd könnte allerdings auch aus diesem Laden für Arbeitsklamotten in der Querfiskata kommen. Die Unterwäsche ist von einem amerikanischen Hersteller.